Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zum wunderschönen, aber doch immer noch bekanntem, Seven Dees. So, ich räume jetzt erstmal kurz den Chrom hier weg. Ich glaube, das haben wir heute unten. Wir müssen jetzt die Hordenbees aufwenden. Wir haben heute Hordenbees. Die Hordenbees ist noch kein bisschen wieder in Ordnung gebracht. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Da drin. Da drin. Die machen wir gleich wieder zu Blöcken. Vorbeweg, Pinselweg. Gut. Gut. Ich glaube, wir haben auch noch so ziemlich alles da an der Hordenbees. Ich glaube, großartig, was mitschleppen brauchen wir jetzt nicht. Äh, Vorbe, die war da. Sehr schön. Den können wir mal da unten machen. Den brauchen wir eh gleich. Das kann ich auch noch mit drin. Haben wir noch ein paar Spikes über? Ich freue mich, dass das geordnet. Wen, den müssen sie ja oben sollen. Spikes müssen wir so flöchig bei hin. Ich glaube, das waren ja auch keine großen Szenen. Aber wir müssen auf jeden Fall Muni auffüllen. Da. Sehr schön. Nehmen wir mal die Muni mit. So, die gute, wertvolle 9 Millimeter. So, warte mal. Du kommst mal da hin. Nehmen wir erstmal die ganzen Pakete mit, würde ich sagen. Das ist kein Paket. Bip, 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 bip. Die werden aber nicht reichen. Die werden definitiv nicht reichen. Haben wir noch Muni hergestellt? Hören wir mal kurz gucken. Ähm, da. Hier nicht. Sagen wir jetzt bitte nicht. Ich habe das Muni herstellen vergessen. Da sind noch Beete. Da sind noch Steune. Ich habe das Muni herstellen. Oha. Den hoffen wir mal, dass sie reichen. Den hoffen wir wirklich mal, dass sie reichen. Hier geht ja auch ohne die Schusswaffen. So ist es nicht. Hier nochmal ein bisschen was mit. So, wird schon reichen. Sonst müssen wir gleich nochmal was holen. Auf jeden Fall. Muss das ja alles wieder voll, ne? Wir sind immerhin ja schon fast vor 10 Uhr, ne? Jo, der ist heute Abend. Wo ist mein Moped? Egal. Fahren wir da jetzt im Auto hin. Schadet auch nicht. Das Auto hat warum auch immer kein Benzin. Warum auch immer, dass Auto kein Benzin hat. Ist das ein Bug oder sowas? Ich meine, wir haben... Ah ja, warte mal. Unsere Restbenzin hat gerade auch reingetan. Ja, jetzt nicht so der Benzinmangel, aber... Trotzdem, ich habe das Auto doch gar nicht komplett leergefahren. Das wäre mir neu. Wackt jetzt Benzin weg? Der gehört auch zu. Einmal kurz hingucken. Wir hatten ja auch Benzin angesetzt. Jo, der kann auch aus. Der ist fertig. Hier, nehmen wir mal 10.000 mit. Wunderbar. Ne, das wüsste ich aber, wenn ich das Auto leergefahren habe. Das ist ein Bug-Benzin weg, wa? Okay. Naja. Man kann nicht alles haben. Ja, das Schöne... Machen wir auch weiter? Natürlich machen wir unsere Taverte weiter. Aber ich muss mich jetzt nicht auf die Hoden-Base kümmern. Sonst haben wir echt ein Problem, wenn die Hode ist. So. Den holen wir mal hier hoch. Und der kloppt halt schon. Ich kann mich aber echt nicht daran erinnern, dass Benzin das Auto leergefahren zu haben. Aber gut. Die Spikes und so kümmern wir uns gleich drum. Hier füllen auch welche. Ich glaube, zwei füllen hier. Aber ich glaube, die haben wir noch, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Einen haben wir. Okay. Wir haben aber noch welche zu Hause. Alles kein Problem. Kriegen wir schon hin. Immer schon ruhig bleiben. Wir füllen jetzt erst mal die Waffen auf. So. Oh, guck mal. Die hat sogar noch gut drin. Sehr schön. Rinder. Er ist komplett leer. Alles klar. Kein Problem. Rein. Sehr schön. Ist der für schon hier auch komplett leer? Yep. Zock, zock, zock. Passe doch. Jetzt muss ich einmal ganz kurz ein paar Paketchen aufmachen. So, ruhig erst mal. Dann gucken wir erst mal hier. Die ist auch leer. Rein, rein, rein. Hauptsache, die Rode funktioniert. Gut, die an den Soiten haben gut geschossen. Der wahrscheinlich nicht so viel. Nö. Filmprozess quitschte. Mehr nicht. So, gesperrt hatte ich die, ne? Oh, kurze Zeitgedächtnis. Kurze Zeitgedächtnis. So, die ist leer. Das habe ich aber auch erwordet. Spirren. Pakete auspuppen. Ich war echter Meinung, ich hatte Muni angesetzt. Aber haben wir die jetzt gesperrt? Offensichtlich nicht. Nein. So, Rinder, Rinder. Rinder. Sehr schön. Hier nochmal. Das muss ja leider. Das muss ja leider. Ich freue mich auch mal wieder ein bisschen auf die Rode. Zwar nicht unbedingt auf die Dunkelheit, die da passiert, aber auf die Rode an sich freue ich mich. So. Hier dürfen noch nicht allzu viele fehlen. Nein. Sehr schön. Und die anderen hatten wir, ne? Ja, da hatten wir ja angefangen. Gut, dann haben wir hier oben fertig. Den müssen natürlich noch hier die Römer und die da drüben Römer. Kriegen wir aber alles hin? Ich denke schon, dass wir hier alles fit kriegen, bis die Rode anfängt. So, Rode einmal pro Keter auspacken. Ja, Muni reicht aber auch. Sehr schön. Eben, den Römer hier rein, rein, rein. Sehr schön. Da nochmal. Zack, zock, zack. So, wie viel Benzin hat der Gute noch? Eigentlich noch genug. Können wir aber trotzdem nochmal nachtanken. Anmachen brauchen wir ihn jetzt nicht. Gesperrt sind sie alle. Eww. Mache ich ja normalerweise immer. Ich meine, mir ist auch schon vorgekommen, dass ich es viel gegessen habe, aber das passiert ordentlich selten. Ich glaube, einmal ist es bis jetzt erst vorgekommen. So, die Beuten haben sich auch leer geschossen. Spären. Und die haben sich auch leer geschossen. Das ist sehr schön. Gut, gut. Den haben wir durch. Den müsste ich euch schnell einmal nach Hause schieben. Ich würde mal kurz gucken, bevor ich nach Hause schiebe, ich muss noch so eine Klingfalle holen. Ob wir hier noch genug Stahl und Beton haben, dann bringe ich das von zu Hause nämlich auch gleich mit. Beton auf jeden Fall. Stahl auch genug. Dat genug. Okay. Eine Klingfalle haben wir auch noch. Das haut schon hin. Wir brauchen nur einmal eine Klingfalle. Gut, 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 so am Bauen gewesen und komplett die Hordenbees vergessen haben wir. Okay, naja, alles im Grün bei euch hier. Au. So, dann lassen wir mal kurz die Dressen stehen. Wir müssen ja nicht weit. Gut, 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 gut. Ein bisschen freue ich mich doch schon drauf. So, hier, guck mal, die können wir auch nicht alle mal mit rüber nehmen. Die Fakten können wir auch mit rüber nehmen. Natürlich, ich lass einmal die Tür auf. Ich lass einmal die Tür auf. Einmal lässt man die Tür auf. Und schon kommen die Nachbarn, ne? Warst du der Einzige? Hört sich mal wieder an wie eine ganze Zombie am Müll. Aber gut. Den wieder hin. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. So, Waffen wurden alle aufgefüllt. Den klatschen wir jetzt mal kurz die hin. Eure Tool zum Anschließen müssten wir in der Base haben, hoffe ich. Zack. Und, ja, ja, es sind genau zwei Stück, die fielen. Zack. Sehr schön. Die anderen kommen hier mit drin. Fakkeln kommen hier gleich noch mit ran, wegen auch ein bisschen Licht. So. Den brauchen wir einmal erstmal kurz, den. Gut, ich hab's jetzt komplett vergessen, die letzten zwei Zäune extra zu schalten, ne? Obwohl das eigentlich auch nicht so das Problem sein dürfte. Haben wir zu welchen Schalter hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, weil sonst könnte man nämlich das hier nochmal so lassen. Ja, die sind hier ja alle verbunden. Kurz gesagt, die letzten zwei oder drei, damit sie ein bisschen dichter rankommen. Einmal hier abklemmen. Und das dann von da zu so einem Schalter hin. Und vom Schalter wieder hier ran. Das müsste funktionieren. Ich war auch der Meinung, ich hab Schalter. Jetzt darf ich echt nochmal nach Hause, ne? Okay, machen wir gleich. Wir reparieren erstmal. Halt, du sollst hier nicht rein. Äh, dann brauchen wir auch mal Stoll. Wir brauchen ein bisschen Beton. Wir brauchen die da. Wir brauchen auch das Mädelsäuzen. Mal einmal kurz hier reparieren. Und dann kümmern wir uns gleich mal um den Schulter. Und wir haben noch Zeit. Es ist gerade mal Mittag. Schalten wir die nämlich auch einmal extra da, die letzten. Dass wir sie quasi ausmachen können, wenn es dunkel wird. Dann müssen die Zombies eigentlich zwangsläufig dichter rankommen. Und dann sehen wir auch mehr. Also das müsste machbar sein. So, das hier vorne muss auf jeden Fall heile. So. Ich frag mich hier sowieso immer. Das muss ja durch die Kotze der Polizisten kommen oder so. Warum da oben der Bude ist. Aber jetzt. So, ist hier noch irgendwas? Alles heule? Alles? Okay. Mann, das sind eh nur so Kratzer alles durch die Polizisten hier. So weit ist hier ja gar keiner gekommen. Demo hat sich nicht gesprengt. Vorne dürfte ein bisschen mehr kaputt sein. Ich glaub, da sind ein, zwei Polizisten hochgegangen. Wir werden uns gleich noch einen Schalter besorgen. Ich glaub, das müsste relativ einfach zu verkabeln sein. Wenn die Elektronik sich hier in Seven Days so verhält, wie das eigentlich normalerweise der Fall ist. Weil in Wirklichkeit kann man ja durch einen Schalter den Strompreis unterbrechen. Wenn man es denn möchte. Das sind Seven Days auch so wie es. Wo eine andere Frage? Oh, das werden wir gleich sehen. Die, 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 die. Oh, nochmal schnell ein paar Kratzer hier beheben. Und den ist ja schon wieder alles einsetzt, wo wir entfangen hier, glaub ich, noch hin. Na gut, die Spikes unten noch ein. Aber das geht ja auch schnell. Einfach nur, wenn wir die Zombies dichter rankriegen. Vorschlag kommen ja von euch. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Den sehen wir sie besser, wenn wir sie dichter ran haben. Den haben wir das Problem und nehmen. Sehr schön. Ah, gut, Wände. Ein bisschen krotzer, ne? Aber so doll haben sie es jetzt auf die Wände auch nicht abgesehen. Geht alles noch? Eau. Gewitter beginnt eh erst so zwischen 18 und 19 Uhr meistens. Ist nicht immer auf die Minute gleich. Oder das Repairien kostet ganz schön Stahl, stelle ich groß fest. Tut das nicht gut? So, ich sollte vielleicht mal durchschicken, ob die Dinger hier noch alle in Ordnung sind. Ich meine, die zwei, die wir gebaut haben, natürlich schon. Aber die anderen? Definitiv sind sie es nicht. Okay. Sollte man ja auch mal reparieren, ne? So, den hätten wir doch auch. Ähm, den einmal hier. Das können erstmal wieder alles rinnen hier. Die bringen wir nach Hause. Die Fackeln brauchen wir gleich eh noch. So, Beton kann rinnen. Das kann rinnen. Den einmal nach unten. Wir klotschen hier einmal wieder die Fackeln hin. Es wirkt auch ein bisschen Licht, ob wir die Fackeln natürlich nicht ewig halten. Das ist klar. Aber zumindest anfangs bringt es ein bisschen. So. Aber auch ein bisschen symmetrisch muss auch sein. So. Hier denn noch mal? Genau. Dann wird die mal weg. Das hängt sonst so unsymmetrisch. Und den hier nochmal hin. Ja. Geht schon. Und hier können wir den auch nochmal. Ah, da zumindest. Sehr schön. Den hätten wir doch das Thema nämlich auch. Wunderbar. Den kümmern wir uns auch mal kurz. Der kann ja auch rinnen. Um die Spikes. So, Muni. Hätten wir genug hier. Ich meine, wir können auch noch ein bisschen mitnehmen. Aber hätten wir ordentlich genug. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich mehr brauchen. Wir arbeiten doch relativ Muni sparen, ne? So. Andere Sohne noch einmal. Ah, gut. Hier ist ein bisschen mehr weg, aber es hält sich noch in Grenzen. Hm? Die, 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 ja. Das wird mal wieder eine Tousin der Horde. Game Stage-mäßig haben wir ja auch ein bisschen mehr diesmal als beim letzten Mal. Da sind wir jetzt inzwischen auf 367. Haut doch alles hin. Hier oben fehlt auch ein Spike. Warum auch immer. Zwei sogar. Drei sogar. Da ist auch ran gedätscht. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal Beton. Sehe ich gerade. Warum ist denn hier draußen so angedätscht? So, die Spikes lassen wir mal hier. Äh, bitte? So, gib mir mal Beton. Gib mir nochmal den. Keine Ahnung, warum hier so ongedätscht ist. Wahrscheinlich geplatzte Polizisten oder sowas. Wäre zumindest möglich. So. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Weltergang. Das sind nur Grätze. Weil hier haben sie schon ein bisschen rumgeprügelt. In der Tat. Sogar hielten sie Treppen zwischen Räumen. Von da haben die gesucht. Nach Geld. In den Ritzen. Oder was? Ah. Zombies wollen halt auch mal ein bisschen mehr für die, ne? So. Aber da haben wir jetzt auch. Ja. Da so ein Kratzer. Gut. So ist das auf. Hier so oder auch. Was ist mit der Treppe passiert? Das müssen Polizisten sein. Das müssen definitiv Polizisten sein. Das konnte ich mir nicht mehr anders erklären. So. Dann gucken wir hier nochmal kurz. Wundern würde es mich nicht. Die Treppe ist zumindest ein bisschen ongedätscht. Aber hier hältst du jetzt noch in Grenzen. Die meisten kamen wohl von der anderen Seite. Hier waren ja auch die Waffen nicht so leer wie auf der anderen Seite. Hier kamen noch vor Einzelwege. Jo. Gut. Dann haben wir das Thema hier auch. Hier ist nichts ongedätscht. Gut. Dann gucken wir jetzt mal nach Hause kurz nach dem Schalter. Ich meinte mich, wir haben einen. Wahrscheinlich unten in der Elektro-Kiste. Das lässt sich doch schon alles machen, denke ich mal. Ähm, Beton bleibt hier. Wir fahren mal einmal nach Hause hin. Und jetzt sind wir doch schon wieder fast. Hör den Rally. Aber auch nur fast. Ist ja quasi eigentlich nur ein Schalter zwischen den letzten drei Zäunen. Und der restlichen Kamelangeklemmen müsste gehen. Ich glaube nicht, dass Hälfte ist in dem Punkt jetzt anders ist, als die Realität. Obwohl Physik eher so eine Sache ist in 7Ds, ne? Jut. Oder immer hier rin. Oder immer hier rin. So, ich glaube hier haben wir das nicht. Das ist wahrscheinlich unten. Eww. Kann ich aber auch gleich die restliche Money wegbringen. So, Rinder. Ah, das nächste Mal müssen wir bei oben nicht wieder Money herstellen. Unbedingt. Äh, mach mal zu. Geh mal hier rin. So. Hier nicht. Hier wahrscheinlich. Oh, guck, hier haben wir auch noch welche. Ich war aber der Meinung. Elektro-Zaun-Pfosten, wir haben einen Schalter. Wir haben... Ja, ja, das war jede Menge. Okay. Das kriegen wir schon hin. Ne, hier wollte ich doch gar nicht rein, Mensch. Nee, nee, nee. Kommt man schon wieder durcheinander. Hier wollte ich hin. Wollte erstens das leere Glas loswerden. Zweitens wollte ich mal wieder Tränken auffüllen. Roten Tee haben wir noch ein bisschen. Dann nehmen wir noch mal voll mit. So, eine kann dort wieder rauf. Sehr schön. Haben wir noch Ersen? Jo. Okay, den noch mal hinzuholen, bis. Das wird sich wohl anklemmen lassen. Da bin ich mir sicher, dass das... Wird auch leicht neblig. Ganz dezent. Sehr schön, sehr schön. Leicht dezent ist gut. Leider ist der Nebel in Seven Days nix weiter als nervig. Der bringt nix brauchbar. Ist keine guten EP-Zombies, gar nix. So. Das Ding muss man mal reverieren hier, du. Den brauchen wir jetzt einmal. Kurz. Den da nochmal. So, ich frage mich sowieso, warum ich hier so einen hängen gebaut habe. Für was? Kann das sein, dass die Klingenfallen da mal ursprünglich dran waren? So, die letzten drei Zäune wollte ich extra machen. Das heißt, ich muss ihn hier einmal abklemmen, oder? Da haben wir die letzten vier. Okay, ich muss ihn dort abklemmen. So, warte mal. Du gießt wieder von dort nach dort. Sehr schön. Dann sind die wieder ganz normal mit dem Strom verbunden. Den brauchen wir jetzt einmal in den Schulter. Den klotschen wir jetzt einmal ausnahmsweise hier an die Wand. Der wird hier ja wohl nicht getroffen werden. Das sind Doppelwände. So, und dann geht mich der so drum von hier in den Schulter rein. Und vom Schulter wieder an den Zaun. Dass wir ja mal so ein Zwischending haben. Das heißt, die sind normal unter Dauerstrom, wie sie sein sollen. Und die halten nur, wenn wir den Schulter einschalten, ne? Das ist jetzt schlecht zu testen, ne? Ich meine, wenn ich jetzt einen Generator anmache. Den werden wir gerüstet. Das kann ich jetzt echt schlecht testen. Ich bräuchte ordentlich mal einen Zombie. Aber eigentlich müssen die so extra sein. Also jetzt sind sie an. Wenn ich ihn ausmache, sind sie halt aus. Und dann müssen die Zombies eigentlich bis zu dem Zaun hinkommen. Sodass man mehr sieht. Ich bräuchte mal einen Zombie. Aber gut. Das wird mir nichts bringen. Der andere Zombie wird hier drauf gehen, bevor hier vorne ankommt. Also gut. Verlassen wir uns einfach mal drauf. Aber standardmäßig sollten jetzt sowieso erstmal alle an sein. Erst wenn es dunkel wird. Sollte es funktionieren. Das müsste ich ja nicht so testen können. Boah, denn mal. Dann muss ich mich zwar einmal kurz selber schocken. Aber das ist nicht schlimm. Machen wir mal an. So, die hier sollten nochmal unter... Jo. Unter Strom stehen. Genau. Die sollten jetzt auch unter Strom stehen. Stimmt's? Ja. So, wenn wir ihn jetzt einmal ausschalten, dürften die hier vorne nicht mehr unter Strom stehen. Nein. Funktioniert. Sehr schön. Gut. Standardmäßig natürlich ein. Wenn es dunkel wird, ausmachen. Dann kriegen wir sie ein bisschen dichter. Dann funktioniert doch. Der Vorschlag von euch war gut. Der war sehr gut. So, mach aus. Das geht dünnst hier. Mensch, wir haben noch keine Hode. Sehr schön. So, hau rein, das Ding. Die Scholter nehmen wir mit. Was sollen die hier rum oxidieren? Den Rest benutzen wir eh alles wieder bei der Hode. Wir sollten vielleicht ein bisschen Muni mitnehmen. Ja, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt hier alles Wichtige fertig. Anmachen wir natürlich eh, wenn es so wohl ist. Jo, den prost ist doch. Den passt es doch. Gut, dann fahren wir jetzt aber erstmal nach Hause. Das ist noch zu früh. Ich stehe hier jetzt nicht bis um 22 Uhr in der Hochwesen. Das ist noch viel zu früh. Da kann man noch ein bisschen was schaffen. So ist das nicht. So, räumen wir Tür auf. Ich nehme sowieso das Auto später mit zur Hode. Post mehr rein. Sehr schön. So, den gucken wir mal. Was haben wir denn hier so schön gemacht? Der hat leider erst am nächsten Tag restockt. Der Händler. Sag mal, wo zum Henker ist mein Motorrad? Ach, doch. So, das hier der Biergurten. Von außen hatten wir, glaube ich, schon komplett rangemacht, oder? Äh, oh. Fenster so müssen wir natürlich noch rein, aber eins nach dem anderen. Eigentlich müsste man hier jetzt mal eine Großaufwertaktion machen. Ich müsste nach meinem Schmieden mal gucken, wegen Beton und so. So, hier kommen wir natürlich noch Feuerchen rein. Das ist klar. Ja, das hier unten müsste erst mal komplett aufgewertet werden. Gut, dann schicken wir mal die Schmieden und das durch. Wo? Kann alles nicht schaden? Muss sein, muss sein. Steiner mit zwei ist auch nicht mehr so die Welt, obwohl wir es farben waren, aber sollte erst mal reichen. Holz, ja, gut, ist jetzt auch nicht so die Welt, aber geht alles noch? So, hau rein. Erst mal durchschicken hier. Zumindest die Stoinschmieden. So, ja, ähm. Weißt du was? Moment. Wir packen da jetzt Kohle rein. Kohle hält länger, Kohle brennt langsamer und Kohle gibt's in Massen. Gut, Holz auch, aber Kohle lässt sich schneller fahren, als so ist. Ähm, Kohle haben wir auch genug im Moment. So. Wir rennen besser. So, den, 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 den. Wie weit kommt der denn mit 78 Kohle? Guck schon, 130 Stunden. Machen wir mal wieder ein anderes Ding hier. Ist auch schon fast voll. Kommen wir gleich wieder rauslaufen lassen. Die hier nehmen wir eh raus. So. Boah, die ist jetzt genau das gleiche, mein Freund. Lass dann den Rest doch mal wieder rauslaufen. Das auch raus. Und hier ist es auch das selbe. Sehr schön, sehr schön. Die restliche Kohle kommt natürlich wieder oben rein. So, wie sieht's denn Stein-mäßig aus? Mal kurz gucken. Ah, gut. Die Steine ging schon mal besser. Wie sieht's Beton-mäßig aus? War noch nicht fertig. Wann haben wir die dann gesetzt? Ich dachte, die wären schon fertig. Okay, Beton können wir aktuell nix unsitzen. Das lief noch. Gut, Zement hätten wir ein bisschen. Sonnt hätten wir auch erst mal ein bisschen. Ich glaube, hier ist sogar noch Sand drin, ne? Nein? Haben wir nix angesetzt? Okay. Wie viel Beton haben wir denn oben? Ist ja auch noch so eine berechtigte Frage, ne? Aber Holz brauchen wir trotzdem wegen Aufwerten. Mal abgesehen, Dorfworn. Wir jetzt natürlich aber auch vor der Horde nicht hier stundenlang Holz farben. Das wäre doof. Ja gut, ein bisschen hätten wir noch. Pflasterstein sieht ein bisschen doof aus. Okay, weißt du was? Ein, zwei, drei sollten reichen. Wir brauchen nochmal drei Werkbäcke voll mit Flosserstein. Warte mal, um die Schmiede noch einmal voll zu kriegen. Eine Schmiede, zwei Schmieden. Haut nicht ganz hin. Gut. Wir hauen zwei Wegbäcke voll mit Flosserstein. Immer dieser Stoinmangel. Warte mal, coole Weg. Coole Weg. So. Den holen wir hoch. Ähm, die ist leer. Das ist schön. Das ist schön, 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 schön. Flosserstäune. Hier. 6.000, wir passen nicht rein, mein Freund. Mach mal. Und dann machst du bei der nächsten auch nochmal 6.000. Hier sind sogar noch 6.000. Ein Träumchen. So, dann kommt der Rest erstmal wieder weg. So, Lehm wieder drin. Flosserstäune drin. Haben wir zumindest ein bisschen. Holz brauchen wir trotzdem ein bisschen. Aber allerdings, ich meine, wir sind bei 16 Uhr. Hier ist noch eine große Holzfarmaktion. Lohnt sich nicht. Haben wir auch nicht Skate-Punkte? Nein. Wir werden jetzt einfach nur mal ein bisschen Holz holen. So, drei, vier Brümchen. Damit wir hier wirklich den nächsten Mal. Woi, der Mann, Köln. Wir holen uns die hier vorne. Unsere Farmstelle will ich da jetzt nicht unbedingt angreifen. Das ist doch alles so kaputt, ne? So, den Schnopp, Demo, die Axt und haut drüff. Aufgehen. Oh, Sonnback. Lange nicht mehr gehabt, den Gucken. Ah, jetzt geht's wieder. Das war nur der erste Schlag. Okay. Das ist einfach nur, wir brauchen halt auch ein bisschen zum Aufwählen. Sonst wieder nix. Der war hier eh schon angeditscht. So, da hätten wir noch einen. Sehr schön. Und das reicht auch jetzt. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Aber weder, wenn wir notfalls noch mal eine extra große Baumfarmenaktion machen mit Zeitreffer, Kettensäge und alles, was dazu gehört. Sehr schön. Ein Honig haben wir auch gekriegt. Was ich schön finden würde, wäre ganz ein bisschen realistisch. Wenn du keinen Honig oder so aus Bäumen finden könntest, wirst du es mit Glück mal selten im Loot, aber dafür du irgendwie eine Bienenzucht aufbauen kannst oder so. Das wäre schon cool, ne? Vielleicht kommt das hier irgendwann noch. Das wäre schon nice, nice, nice. Ich wollte hier nur einmal kurz den Blob kopieren. Genau. Haben wir es durch. Holz sollte räuchen. Sehr schön. Ah, ich glaube, einen Huni werden wir noch ein bisschen mitnehmen. So, Honig bringen wir gleich runter. Ja, ja, Antibiotika sollten reichen. Da wollte ich auch mal kurz nachgucken. Ich weiß, das geht am Chemie-Tisch. Das geht aber auch, glaube ich, am Lagerfeuer, wenn du Messbecher drin hast, die wir ja haben, ne? Da liegt sogar noch Essen drin. Man konnte Antibiotika herstellen, ne? Olde Shem-Sandwich, Nidratpulver und gekochtes Wasser. Okay. Ziemlich teure Antibiotika, aber wir haben da nicht so viele von. Also gekochtes Wasser haben wir. Shem-Sandwich haben wir mal gucken. So gehen die guten alten Gammels-Sandwich, die Flatulenzen, Brody. Vier waren das, die wir brauchten, ne? Pro Antibiotika. Okay. Und mal 20 Stück mit. Wollen wir ein bisschen die Draht und ein bisschen gekochtes Wasser. Äh, die Draht ist vor der Unten. So, dann nehmen wir ein bisschen die Draht mit. Honig kommt hier rin. Ist das an der Chemiebank vielleicht billiger? Nur mal kurz gucken. Nur mal aus Idresa gucken. Was ist denn hier schon wieder los? Du sollst da Schießpulver machen. Ne, ne, ne. Gut, hier kann ich gerade nicht gucken. Ähm, aber hier können wir machen Antibiotika. Es ist in der Tat billiger. Es ist viel, viel billiger. Wir machen es hier. Wir machen es definitiv hier. Definitiv. Aber wir brauchen trotzdem gekochtes Wasser, oder? Den Trübes Wasser. Ist ja noch besser. Ist ja noch besser. Von wegen im Feuer. Ich nix machen Antibiotika im Feuer. Ich mache Antibiotika hier. Viel zu teuer am Feuer. Trübes Wasser. Äh, äh, äh. Ich muss eine Höhe. Haben wir doch genug. Und dann geht es auch langsam mal Richtung die Horde. Ahn, klingeln lassen. Ne, also noch sind wir nicht so weit. Aber, eh. Sehr schön. Weil da haben wir immer so wenig von. Die finden, wenn man es so sieht. So, damit kriegen wir 22 Stückchen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Mehr Cent wie schon hatten wir nicht. Wobei. Ähm, dort brennt für 75 Minuten. Ja, räucht. Denen gibst du zumindest mal wieder ein paar. Die Draht gehört eh nach oben, ne? Nein. Das Trübe Wasser gehört nach oben. Sehr schön, sehr schön. Gut, im Grunde genommen haben wir jetzt eigentlich gar nichts gemacht heute. Aber das musste leider mal sein. Ähm. Oh man. Ein höher. Ich vermisse, auch wenn es blöd klingt. Wirklich gerade so ein bisschen das Chaos, was ich in Mist zu weifeln habe. Ich weiß nicht. Ich fühle mich im Chaos. Oder ich komme im Chaos einfach besser zurecht, als mit Ordnung. Ich weiß nicht warum. Das ist schon etwas merkwürdig. Aber gut. Die Horde näht sich hoch. Wir sind ja fast bei der Horde. Sind wir vor heute erstmal am Ende. Morgen wird es definitiv zur Horde kommen. Ich denke mal, ich werde mich da gleich auch auf ein Wehchen machen. Vielleicht ein bisschen Muni eins decken. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die da nicht reicht. Müsste eigentlich reichen. Aber man weiß es ja nie so genau. Aber wir hören uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. 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 Bye, bye.